Lass mich doch in Ruhe. Ja, ja, da hat er schon. Ach, Mann. Ach, schade. Ich dachte, da komm ich lang. Ach, jetzt bin ich noch runtergefallen. Maaan. Ja, Riku gewinnt. Okay, was soll's. War mir ja klar. Ich hab das Ding hier noch nie gewonnen. Ah, na gut. Und er teilt sich keine Frucht mit ihr. Mist. Es steht 0 zu 1. Also, wir taufen das Floß auf den Namen Hyrund. Ja, bleib mal easy. Ist ja nur das Floß. So, jetzt darf ich endlich wieder zu Kairi und mir den ganzen anderen Kram da holen. Jetzt will ich's nochmal versuchen. Kann ich von hier an die Leiter springen? Nein, aber es hätte eigentlich klappen müssen. Ach, verdammt. Äh, lass mich raten. Ich hätte die Kiste schieben müssen. Oder ich hätte... Äh, hör doch mal auf, Zora. Mann. Mädel. Wer hat erwachsen. Ist das nicht dein Ernst, oder Katze? Ich schieb grad den Fressnapier durch die Gegend. Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also, Zora, du suchst eine Pap... äh, ein Papu... was? Ach, Papadu-Ei. Drei Pilze, zwei Kokofrüchte, drei Fische. Und füll das hier mit Trinkwasser auf. Aber nichts aus dem Meer. Ja, schon klar. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag nach. Ja, klappt schon. Okay. Äh, die ist nicht... Hier kommen die Früchte runter, die wir brauchen. Das ist die erste. Die müssen so hell sein, deswegen. Halt. Okay. Ich glaub, von denen waren's ja nur zwei. Viel mehr Sorgen mach ich mir. Wo sind die scheiß Pilze gewesen? Huhu. Okay. Ah. Ah, okay. Nein, falsche Richtung gedreht. Wie komme ich denn da hinten am dürfsten ran? Ah Ist jetzt blöd Kriege ich die? Kann ich mir die überhaupt? Ah Äh Ich will nur die Kamera drehen, verdammter Mist Und ich will den hier nicht kaputt machen Ach man Mann Ach verdammt, okay Ich will die Kiste haben, ich weiß nicht wie Na gut, okay, was soll's Aber ich glaube, hier müssen in der Nähe noch irgendwo Pilze sein Äh Ach man Ich weiß, hier sind noch irgendwo Pilze Ach, hier ist eine Treppe Irgendwo im Gebüsch wuchsen Pilze Glaube ich Ah, da ist noch einer Sag ich doch Davon brauche ich drei, wo ist denn der andere? Maßlos überfordert Maßlos überfordert Hier gibt's Quellwasser Ja, genau Kommt aus der Insel Muss gut sein Ja So Das Ei und die Fische finde ich hier vorne Vielleicht finde ich hier vorne ja auch noch den Letztermerpilz Das kann natürlich auch sein Und die Ladezeit über Schreit wieder alles So Na du Nervenzwerg Ups Hopp Na, du bist hoch Komm ich hier hoch? Ah ja Halt, halt Nein, nein Oh, ich Idiot Ach man Vorsichtig drehen So Hopp Juhu Okay Ne, so rumdrehen Ist hier noch ein Pilz? Nicht wirklich Ganz derzeit schaffe ich es nicht darauf zu springen Aber jetzt Ey, Mann Da sind Fische Komm her Ey, du Wichser Ja, ein Fisch Ich habe hier noch einen gesehen Warte, da hinten Ne, ne, komm her Ich krieg dich Okay Fehlt ja nur noch der Letzte Mal Pilz Wo finde ich den denn? Ich glaube den finde ich da hinten Ah, tatsächlich Dippelz Stimmt's Und . Na, wer ist da? Ich wollte mir die Tür zu dieser Welt ansehen. Hä? Diese Welt ist verbunden worden. Wo, wovon reden Sie da? Verbunden mit der Dunkelheit. Sie wird sich bald gänzlich verfinstern. Wer immer Sie sind, hören Sie auf mir so eine Panik zu machen. Hä? Wo, wo sind Sie hergekommen? Von jenseits der Tür. Einem Ort, den du nicht kennst. Aus einer anderen Welt also. Du begreifst noch überhaupt nichts. Du weißt noch so wenig. Ach nein? Warten Sie es ab. Ich werde schon noch rauskriegen, was da draußen abgeht. Eine sinnlose Unternehmung. Wer nichts weiß, der kann auch nichts verstehen. Becker ist er. Na gut, okay. Lass mich laufen. Hallo? Oh, er lädt. Jetzt hat er es. Nichts ungewöhnlich auszumachen. Wie ist der hierher gekommen? Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß schon, aber... Ich werde es nicht sagen. Äh... Äh, lauf richtig. Äh... Äh... Äh, okay. Bestrecken! Da geht's lang. Vielleicht soll ich mal kurz speichern. Ja, ich speichere mal kurz. Ich kann hier ja unten langritten. Da, 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 da. Ah, da. Ja. Was? Willst du mich verarschen? Ach ja, meine Pläse ist kaputt. Ich weiß. Nein, nicht. Nicht auf 1. Leck mich doch. Spielstandeffekt. Hä? Äh. Ja. Halt, da war was. Ha! Okay, er ist noch... Oh, Schwein gehabt. Er ist noch da. Ja, mein alter Spielstand. Ich lege Wert drauf, dass der, dass der behalten wird. Okay, okay, dann ist alles gut, dann ist alles gut. Dann ist... Ah, okay, dann geht's mir gut. Dann hab ich doch weniger Panik als erwartet. Ganz ehrlich. Uh, Schwein gehabt. So. Ach, Mann, ey. Play sie. Mach doch sowas nicht mit mir. Hab dich doch lieb. Ich hab gesagt, sie wird ausgetauscht. Jetzt hasst sie mich. Menno. So. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben. Ich lauf schon wieder den Parcours. Das war sehr... Ich weiß nicht mehr, wie man greift. Das ist doof. Na, was soll's. Das hier? Ich mach eine Kette aus... Äh... Was? Was? Irgendem Muscheln. Diese Leute haben früher immer Muscheln getragen. Man glaubt, dass sie vor Gefahren auf See schützen. Das ging aber schnell. Danke, Sora. Mal sehen, was noch fehlt. Ein Fisch. Ich verlass mich auf dich. Scheiße, fehlt doch noch was.